so hallo leute mein namen ist der sebi von zockedlp und hiermit ein herzliches willkommen zurück zu insurgency hier auf diesen coolen neuen server beziehungsweise neuen map namens pench erinnert schon wesentlich mehr sozusagen afghanistan so meine nase juckt jetzt auch noch so ich würde sagen wir sind bei der us army und wir müssen jetzt sozusagen die ganzen einnehmen und a und b müssen wir jetzt treffen also wir müssen sie jetzt wo sind sie denn ok b ist noch sicher als noch sicher aber c d und eben wurde schon eingenommen jetzt mal übers offene feld aber doch durch den hohen gebusch zu unserem fahrzeug ich glaube die trauen sich gar nicht mal einzunehmen weil sie müssen sehr fach auf nun ja fach auf mein mein gott heul doch nicht rum chantal so wohoho hesst da ein junge snapback gewesen der hat auf jeden fall meinen kollegen daneben mir erschossen na gut zerstört ja wohl ohne charlie so einer ist bei c im haus drum haben da war jemand da war ich wieder der schausschütze irgendwo ist der blöde schausschütze auf c ja mein gott jawoll warum mache ich denn so ein toll so jetzt haben wir ein riesenproblem weil das werden wir verlieren auf jeden fall niederlage na gut leider mein gott ich bin einfach mal so ein spiel reingejoint und dann wirklich die aufnahmen gestartet aber gut ich glaube jetzt sollten wir fit sein jetzt wird mir warm sein und jetzt sollten wir auf jeden fall mal loslegen das ist aber nicht mein m4a1 gewesen meine m9 alles klar let's go guys kann man so wir gehen darüber ich würde sagen wir halten uns noch ein wenig defensiv persönlich gleich zu sterben oder so okay charlie ist es ein wird es eingenommen so ist denn der irgendeine bei brau ist einer bei brau muss einer sein und charlie da war doch ein red point oder ist es einer von uns gewesen wenn da wurde das ist glaube ich einer von uns ich komme hier nicht rein oder was da kommt er durch die smoke ja ich werde verrückt mein gott da ist echt durch die smoke gekommen das gibt es doch nicht ja was kann man noch dazu zählen von uns zu erzählen solches hat wirklich so was ist wie aber nur ein bisschen schlechteren grafik naja aber sound cool ist es so genau gemacht sound system ist echt gut gemacht und es ist ja halt hauptsächlich ja hauptsächlich tvt bzw pvp und so ja jetzt haben wir in die smoke geworfen irgendwo da hinten muss ein reiches an so bekommen keine wellen schon toll mit delta main genommen ist schon mal gut aber wir können trotzdem keine wellen aber und und direkt unter dir von der grund nach so das ist die karte nicht sehen kann Ah, verdammt, ich suche den Autor! Perfekt, haben wir Siege genommen. Ach hei jemini. Ja, ich bin auch keine Ahnung, wie ich da aufgekommen bin, einfach jetzt mal den Search und sie aufzunehmen. Hat mir anscheinend echt viel Spaß gemacht, das Spiel. Und so. Einfach mal, ich bin immer dieser Supporter-Type, ich bin echt, ich mache echt diesen, ich mache echt das Schwere im Gehliebespielen. Ist was anderes. Und der Service ist auch richtig gut befüllt, das kann man echt sagen. Jetzt müssen wir A einnehmen, B und C einnehmen. Das ist, kann ich mir schon von der ganzen anderen Folgen, Okay, hier kommt der Schmuck. ich wollte sagen wir bleiben hier stehen jetzt weiß ich nicht hier liegen aber A ist da drüben wir müssen A einnehmen und die kommen von A erst einmal mitgenommen das ist nicht dass die von der rechten Flanke kommen das wäre richtig fies rechts ist jetzt bei mir übelst ungeschützten rechts ist komplett ungeschützt leute einfach mal eingenommen aber es sind trotzdem noch die drüben welche pass auf weg nur für ok ich hab dich gewandt was was ich hab ihn noch getroffen ich hab ihn noch getroffen die Schere hier müsste ihn doch recht zerfetzt haben eigentlich oh gottes willen oh gottes willen oh gottes willen ja dann perfekt lol sind wir schon soweit alter wie nehmen wir uns so schnell ein hier ne verdammte sniper man verflixt 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 das ist doch nicht nur normal so weiter gehts was 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 was